Hallo Menschen, schön, dass Sie hier sind. Ich habe mir einen Bodensteller angebracht. Ja, fragt ihr euch, wo seid ihr? Das war's. Jamme Pesch, Jamme Pesch, Jamme Pesch, Jamme Pesch, Jamme Pesch, Jamme Pesch, das ist das Spielfeld auf einer rostigen Fahrradkette, der erste Sonnenstrahl auf einer durchgemachten Nacht. Jamme Pesch, das ist das Donner am Espressloch, damals der schönste Junge auf der Klassenfahrt und das Dekollziehen von Merkel. Jamme Pesch, das ist der große Knopf auf dem iPhone und die Nutellerfamilie am Frühstückstisch und der Lipplost auf dem Bund von Kate Moss. Jamme Pesch, das ist das Volk am Ende des Regenbogens, die Evidente am Ende des Quartals, das Playmate von jemandem und der drollige Pan Ami Zoo. Jamme Pesch, und jetzt geht's auch schon los. Jamme Pesch, das ist das Volk am Ende des Regenbogens. Untertitelung des ZDF, 2020